Das ist unfassbar, schießt er, schießt er, er schießt, schießt, aaaaaah! So, gut und herzlich willkommen zum nächsten Folge FIFA 14 Karrieremodus für Anfänger. Das letzte Spiel haben wir einzeln gegen Southampton gewonnen. Wir sind in der dritten Runde vom FA Cup, oder Capital One Cup, früher war es FA Cup, glaube ich, hieß das. Wir müssen runden gegen Swansea City und, ja, gucken wir mal, zu Hause spielen wir. Und ich hoffe, dass wir es packen, den einen übel zu braten, damit wir eine Runde weiterkommen. Das wäre nämlich subi. So, geht's gleich los. Ohne großes, was soll es in Richtung... Mini-Tors passen. L, S, peilst du immer nur ab, mit A lässt du den Pass auf. Bei mehreren Toren in ähnlicher Richtung lässt du den Pass stecker auf. Um das Weite-Inferentor anzubilden, bei einem näheren Platz, den Tor lässt du entsprechend nur kurz auf. Ja, ja. So mache ich das. Klick. Klick. Muss ich da... Achso, ich muss da ein bestimmtes... Ah, das sehe ich ja ganz schlecht, dass es da hinten ist, Tor gemeint ist. Hey, du. Muss man ja sagen, aber das sieht man ganz schlecht, wenn es ganz hinten ist, sehe ich das kaum. Juhu. Juhu. Was ist jetzt noch da hinten? Ja, genau, so habe ich mir das gedacht, die scheppe Füße. Äh, hallo? Ey, du. Vollpfosten. Jetzt aber. Juhu. Das hat aber gerade so geklappt. Wie versuche es erneut? Hallo? Das stimmt. Warum habe ich denn so wenig Punkte? Ach, der hat drauf geschissen. Äh, nein, ich wollte... Ne, ich will das nicht, mir spiele jetzt. Scheiß, wie die Spiele kam. Ich glaube, die do ich auch in Zukunft wegmachen. Ähm, das will doch keiner sehen, wie schlecht ich bin, oder? Also, jetzt geht's los. FA Cup, äh, Buckley Cup, äh, irgendein Cup halt. Alter, das ist mein Ball. Es ist mein Ball. Das ist mir sehr offensiv eingestellt, ich bin schon klar Pressing hier. Das habe ich ja gar nicht so gern. So, Lukas Leber, Gerard, Stritch, Touré nimmer mit. Gut, und gleich wieder Sturridge. Alter, der ist so schnell hier. Das ist unfassbar. Schießt er, schießt er? Er schießt. Schießt! Ah! Ich hätte noch rübergegeben. Naja, gut, das war. Komm, du schaust aber schon gut. So. Komm, bald! Oh, ja, wei! Oh! Das sagt Gartel. Das war so knapp hier. So, knapp. Komm, 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 spiel, 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 spiel. Ach, Trigger. Wir sind da schon gleich Pressing. Pressing spielen. Ja, 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 jetzt war mir klar, dass der jetzt darüber spielt. Aber wir wollen uns ja nicht hier verkacktbübbeln lassen, gell? Und gleich geht's in die andere Richtung. Schießt er, ich spiele mit. Gerard, auf die Außen. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Das ist gleich wieder Pressing hinten dran. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ne, was ist denn los mit meinen Leuten? Ja, de Touré. De Touré muss es natürlich wieder richten. Das kann ja nicht anders das sein, was sonst. So, probieren wir mal die andere Seite. Das war ein schlechter Pass. Das habe ich schon gleich von Anfang an gesehen. Was ist denn da los hier mit denen? Jawohl, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Touré kann nicht abgeben, weil keiner da ist. Da biete ich mal einer an. Ja, ich muss doch auch, muss ich schon mal einer anbieten. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Da müssen wir schon jetzt alle zusammenspielen. Sonst wird das übel enden. So, Henderson erstmal der Ball. Zu Ress, war kein Abseits, war kein Abseits. Flache. Schade, schade, schade. Jawohl, Lukas Lever. Sehr schön, der Pass. Das war wahrscheinlich auch so. Ich weiß nicht genau. So, Sako ist da. Nein! Und jetzt Kampf um den Ball. Und Sako ist Sieger. Jawohl. So, Touré. Gleich auf. Sturridge. Sturridge aufs Tor. Und. Schuss. Und. Alter, das gibt es doch nicht. Der hat sich nicht. Nein, nein, nein. Schon zwei Chancen. Aber das ist einfach, der Winkel ist einfach so spitz. Das ist echt doof. Das war ein Tor, Mann. Das war mal richtig Scheiße. Das war mal richtig kackendreckt, aber na gut. Das ist halt nicht besser. Oh, nächster Angriff, komm. In den Touré mit. Und Touré, Außenposition. Sehr schön. Flach. Ne. Ich komme an kein Kopfball dran. Was ist los? Was meint es denn? Das war abseits. Das war aber knappes. Das war aber knappes Abseits. Und das hier wird klinkert er. Auf der Nummer gleich hier. Bisschen pressing. Das haben die schön gespielt. Nur schon mal so. Oh, alter. Nur mal die Beine reinhalte kurz. Hätt schon gewesen. Ganz sicher erst mal in die Abwehr spielen. Dann wird Gerard, wie immer. Der ist einfach gut. Suarez. Henderson. Henderson nimmt den Sakko mit. Das Sakko ist einfach gut. Er macht gute Flanken. Flanke. Und tropft Ball an. Alter, fast wäre drin gewesen. So eine Scheibe. Der ist ein bisschen mehr wegdribbelnder. Mack Zirkeln. Und Kopfballer kommen einfach nicht dran. Ey. Schuss. Und nochmal Schuss. Es war kein Schuss. Es war ein Krankheit. Alter. Scheiße. Wir haben so gute Chancen. Welche Mannschaft hat mehr Torschüsse? Wir haben es vorgelegt. Ah. Etwas zu steil der Pass. Schade. War ein schöner Steilpass. Aber ein bisschen, 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 bisschen zu steil. So. Wohin? Kollege. Gleich angreifen. Gleich hier ein bisschen pressing machen. Ja. Ja, so habe ich mir das schon gedacht. Ah, herrschön. Sakko hat ran. Und das war es dann schon. Nach vorne. So, Ress. Aber das ist alleine auf der Front. Sakko kann jetzt mitkommen. Ah, das ist keine in den Mitlinge. Und noch mal einer. Und noch mal. Jawoll. Stürmer Rich. Tor. Nach drei Versuchen hat er in die Ecke gezirbelt. Sehr schön. Das ist einfach ein Spitzenstürmer. Ja, so geht es. Sehr schön. Genau. Jetzt ist der Schiedsrichter im Weg. Siehst nichts. Hat genau in die Ecke gepasst. Zupi. 1-0. So kann es weitergehen. Sven, Süße City, ihr könnt nach Hause fahren. Alter. Jetzt aber jetzt gleich aufpassen, nicht gleich ein Kriegen hier. Ist mir blöd. So, nächster Angriff. Komm. Lukas Lever treibt den Ball. Und den Gegner. Und. Ah. Lever wieder. Flankte. Ganz links. Jawoll. Der war doch schon fast drin. Der Scheiße. Der war doch fast drin. Ach, das war wieder Scheiße. Oh, da hätte man direkt reingemacht. Also, weiter angreifen. Immer schön Pressing spielen, damit die ja nicht hier in Schusslaune kommen. Ist es nicht. Ey, ich komme nicht da in den Keller dran. Nein, 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 nein. Battle. Ach ja, wie sieht es denn bei den anderen aus? Newcastle gegen Sunderland. Norwich City, Manchester United, oh ja. Manchester City, 1-1 nur gegen Spurs. Everton 0-1 gegen West Ham, okay. Müssen wir tauschen, ich muss mal gucken. Also gucken muss ich mal. Wie es aussieht. Wie sieht es beim Dings aus diesmal? Continue, ah, das geht ja noch eigentlich. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Haben wir was zum Austauschen. Wie sieht es denn aus? Zentrales Mittelfeld können wir Ellen für den Henderson bringen. Ich muss unbedingt mal die Stürmer reinbringen. Und muss die anderen Stürmer mal rausnehmen. Ich werde den Suarez, nehme ich den Suarez raus? Nee, den nehme ich nicht raus. Bin ja blöd, der wäre schon doof. Aber ich brauche nur zwei Verteidiger. Ich muss mal einen Verteidiger weniger in die Auswechselspiele bringen und werde den Ellen tauschen mit dem Henderson, genau. So, machen wir das. Und dann spielen wir, so. Ja, da kann der andere sich ein bisschen ausruhen. Und der andere kriegt ein bisschen Spielpraxis. Nee, da hat er schon gleich den Ball. Und der gleiche Ball weg wäre. Ist das doof? Aha, das ist ein aggressiver eingestellt. Sehe ich schon. Wo sind denn jetzt? Also doch. Jawohl. Auf Ellen hast du auch einen Lünge schlappe. Gleich mal auf länkische. Ah, ja, 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 ah, was war das? War das schon wieder abseits oder was? Ach, komm mir, jetzt kack mir nicht in die Hosen. Mann, oh, Mann. Scheiß ab, sei es, rotze da. Ja, echt. Das geht aber richtig auf den Sack. So knapp immer. Eine Millisekunde. Ey, das hat mich gefault, der Sackarsch da. Halten. Ja. Was war das denn jetzt? So, meine. So, Ellen. Hammerplatz und sowas. Continue ist noch da. Okay. Das muss man mal gucken, dass man so einen schönen Angriff hinbekommen. Jawohl. Nein, 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 nein. Scheiße. Den hättest du so schön schicken können hier. Na, jawohl. Komm, komm. Ey. Scheiße. Ich bin zu spät gewechselt. Mann, 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 Mann. Der war durch hier. Der war durch. Scheiße. Das war, der war echt durch schon. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Du bist eingeschlafen oder was? Ey, du Dummbeudel. Komm, hol dir den Ball wieder zurück. Das war nicht so toll. Eine Ballannahme war ja mal Katastrophe. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Cliff des Schiedsrichters dürfte es so weiter. Nee, kann das, kann das, nix, kann das. Das ist der neue Mann. Vorbeigerupscht. Was ist mit dem Tormann los? Ey, hallo? Alter, ich wollte gerade sagen, was macht der denn da? Komm nach vorne. Wenn die jetzt alle im Angriff sind, ist das genau der Platz, wo keiner ist. Das ist toll. Jawoll. Schön dazwischen. Ja, hier kein Spielfuß aufkommen lassen bei den anderen. Lieber mal selber nochmal einen schönen Angriff setzen. Und zwar, wenn wir klicken, jetzt aber erstmal ein bisschen das Spiel beruhigen. Alter, alter. Aber es ist keine Spiel, keine Spielstationen da. Es ist keine da, den wir anspielen können. Das war abseits. Ich habe einen Rachen. Hä, doch, es war glaube ich abseits ein Tick zu spät. Alter, kommt es bei der gleiche Höhe. Ein Tick zu spät, Herr Scheiße. Das war echt kräse. Schade, schade, schade. Nee, kann er nicht. Kann ich mir erstmal die Wolze recht legen. Ja, komm, wir nehmen die ganze Mannschaft mit. Müssen unbedingt über die Außen gehen. Ohne die Außen funktioniert es nicht gescheit. Aber komm, Sako, der Ellen. Nimm den Super Riss mit. Und wieder Ellen. Und jetzt schön, komm. Ah, super rausgespielt. Oh, das gibt es doch nicht. Freie Schussbahn und der kriegt die Gurke nicht unter. Ich kriege noch die Kretze hier. Ich mache mich kaputt. Die mache mich kaputt, echt. Direktabnahme. Jawoll, sehr schön. Und nochmal. Und noch Nachschuss. Scheiße. Das war so ein guter Herr. Das war so ein scheiß Pass. Ach, so ein geiler Pass hier. Schade, Alter. Das war echt... Wenn er seine Wurstfüße noch dazwischen ist, das kann ja nicht, wo er sein. Der kann das. Das ist echt gut, ja. Ja, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Hier wieder sortieren. Dass hier nicht in die Hose geht. So, das ist Lukas Lever. Ich nehme die Seite mit. Das kommt doch nicht. Der Gegner kommt überhaupt nicht rein. Der krieger kommt auch nicht rein. So, Sakko. Nächste. Und Tor. Das war doch schön. Mal das schon wieder Absatz. So knapp immerher. Ich will immer auf Absicht. Unbedingt aufpassen. Du Absatzspielkack. er da für 82 minuten das stadion die fans spüren genau dass da noch was geht und jetzt ist ja da gehen wir noch was auf meiner seite ich möchte die den scheißdreck nennen in den innen 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 das waren leichter gewollt ist genau es war doch faul hallo es waren ganz klar voll spiel also das erzählt man etwas vollkommen und vorwärts geht es schicken jawohl sehr schön dann über fleisch bisschen besser gewesen aber komm 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 ran hier ich kann nicht schicken was waren das für ein pass das war so beschissen ich konnte schon schicken da noch absatz gestanden der deb und wir haben den cup cup spielen haben den cup cup spiel haben wir gewonnen sehr schön sehr gut sehr gut sehr gut so wir gucken uns noch ein paar wiederholungen an ein super tor wir hätten aber mehr tor schießen können wenn ich mir das anguckt wie sieht die spielinfo aus 12 zu 1 schüsse schüsse aufs tor 8 zu 0 also acht mal und nur ein tor das ist halt ja schussgenauigkeit und meine schussgenauigkeit ja 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 wir hätten besser sein können wir hätten es besser sein können so wie sieht man den gegner hey wie schnell soll ich denn das lesen seid ihr doof oder was wir hatten so eine kacke programmiert gut also war ganz gut hier war ein gutes spiel mit simulieren ja wir werden das gast gegen sonderland was ist ein gast gegen sonderland ist das du ach so ich muss gegen sonderland in sonderland spielen jetzt habe ich auch verstanden wir sehen uns bei dem nächsten spiel und zwar das wird das sechste spieltag wir sind auf dem sechsten tabellenplatz wie viele punkte haben wir den unterschied muss ich mal gucken punkte 9 zu 3 wenn wir jetzt gewinnen und die anderen verlieren könnte man sogar bis auf den zweiten platz vorkommen wobei manchester city ein spiel weniger hat ja gut aber ein sieg das wäre ganz gut gegen wen müssen wir spielen gegen sonderland sonderland ist auf dem vierten der ist vor uns gegen den müssten wir eigentlich mindestens unentschieden spielen auswärts aber wenn das alles in der nächsten folge sehen bis dann macht's gut er zocker papa und zippen wir sind am ende der folge angelangt ich hoffe ihr hattet spaß wenn ja dann bitte like kommentieren und abonnieren um keine weitere folge zu verpassen wo da ein neues projekt ich wünsche euch wie immer viel spaß noch bis dann 8 zocker papa und wie immer tschöökl Bis zum nächsten Mal.